Wir haben den Bauchmuskel mit dem Ball. Corinna macht es wieder vor. Sehr schön. Der Kopf bleibt in der Verlängerung der Wirbelsäule. Wir öffnen den Bauchmuskel. Sehr schön. Und dann in die Kontraktion. Ganz genau. Wenn wir das Ganze ein bisschen schwieriger gestalten wollten, verändern wir einfach den Winkel. Genau, wir rutschen ein Stück weiter zurück. Jawohl, genau. Hals vielleicht auch hier, ganz wichtig, wieder in der Verlängerung der Wirbelsäule. Jetzt haben wir einen anderen Hebelpunkt. Jetzt wird die Übung schwieriger. Auch hier wieder genau, sehr schön die Kontraktion. Öffnen. Perfekt. Und so haben wir jetzt die ganze Übung einfach ein bisschen schwieriger gemacht, indem wir den Hebelwinkel verändert haben. Keine depressing 0 0 00 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020